Hallo, mein Name ist Jeanette Pyrkosch und ich möchte Ihnen heute die Freedom of the Seas vorstellen. Die Freedom of the Seas wurde 2006 als erstes Schiff der Freedom Class von Royal Caribbean International gebaut. Auch wenn sie längst nicht das größte Schiff auf den Weltmeeren ist, so verfügt sie dennoch über beeindruckende 15 Decks und bietet Platz für über 3600 Passagiere. In den vielen Geschäften, Bars und Cafés auf der 135 Meter langen überdachten Royal Promenade tummeln sich jung und alt. Besondere Attraktion ist die beliebte Eisbar Ben & Jerry's, die nicht nur die kleinen Gäste anzieht. Egal ob sie im à la carte Restaurant Shops Grill, im imposanten Hauptrestaurant oder im ganz im amerikanischen Stil eingerichteten Burger-Restaurant Johnny Rockets speisen, ich kann Ihnen garantieren, dass hier jeder auf seinen Geschmack kommt. Und für gute Stimmung ist auch immer gesorgt. Für die Weinliebhaber unter Ihnen empfehle ich die bordeigene Weinbar Vintages. Hier können Sie in gemütlicher Atmosphäre Qualitätsweine aus der ganzen Welt kosten. Die 24 verschiedenen Kabinenkategorien bestechen durch die angenehme warme Farbauswahl und ein stilvolles Ambiente. Besonders hervorheben möchte ich die große Anzahl der Familienkabinen. Ob Innen- oder Außenkabine, Kabinen mit Blick auf die Promenade oder eine Suite, entscheiden Sie, welche am besten zu Ihnen und Ihrer Familie passt. Das Freizeitprogramm auf der Freedom ist ein Erlebnis für sich. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Sind Sie schon einmal auf einem Kreuzfahrtschiff geklettert oder gesurft, haben Golf gespielt oder sind Eis gelaufen? Probieren Sie es aus, Sie werden begeistert sein. Wer gezielt etwas für seinen Körper tun möchte, kann sich im bordeigenen modernen Fitnesscenter austoben oder sich während der Pilates- und Yoga-Einheiten wieder in Form bringen lassen. Im luxuriösen Spa dreht sich dagegen alles ums Relaxen und Wohlfühlen. Ein Highlight ist der Poolbereich mit ausfahrbarem Dach, der einen traumhaften Blick aufs offene Meer ermöglicht. Für die Kinder an Bord gibt es eine separate Poollandschaft. Hier darf nach Herzenslust geplanscht werden. Der Abend gehört dem Entertainment und den atemberaubenden Shows. Wer danach immer noch nicht genug hat, kann sich auf ein aufregendes Nachtleben freuen. In den Bars und der Diskothek kann bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden. Die Freedom of the Seas ist auch zu feierlichen Anlässen ein unvergessliches Erlebnis. Verbringen Sie zum Beispiel Ihre Flitterwochen auf hoher See und genießen Sie romantische Stunden zu zweit mit einem unvergleichlichen Gefühl von Freiheit. Wenn ich Sie neugierig gemacht habe oder Sie weitere Informationen wünschen, erreichen Sie mich über www.dreamlines.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 44 55 155. Lassen Sie sich bei der Auswahl Ihrer persönlichen Kreuzfahrt beraten. Wir freuen uns auf Sie!